Ach Quatsch. Als geiles Andrück, dass ich jetzt einen Freund habe, der Connection hat zu einem Modder. Der hat selber moddet und so. Ich kann mich zudem sagen, er schlagt doch nicht mal vor, er soll mal das ummodden. Joa. Das sind halt da Mods, die nur privat sind teilweise. Was halt eigentlich mir richtig geil ist. Ja. Aber bei Upload.do, kennst du schon eigentlich das Neueste da von Upload.do? Was? Du kannst nächstes Jahr runterladen, weil da das falsche Passwort immer durchgeschickt wird. Wer auch immer. Aha. Ja, das war ein Freund von mir auch so, der auch gezockt. Da kannst du richtig Passwort 30 Mal angeben. Ich habe keinen Account. Ja, ich auch nicht. Du musst immer so Dinge, so Bestellung geben. Da bitte tun. Ja, genau. Und genau da spackt der rum mittlerweile irgendwie. Was eben richtig schade ist, weil die geilsten Mods sind genau da auf der fucking Seite. Tja. Ich bin auch nicht so davon schon Upload. Ach, da ist ja auch schon eine Reihe fertig. Aber auch nur ein Stück davon. Ja, ich mache gerade die nächste Mission. Wat machst du? Die nächste Mission. Ach du mit deinem Missionar hier. Ja, ist nicht ganz so langweilig. Nein, Scherz. Du verdient mir halt ein bisschen Geld, weißt? Ja, und ich kann hier die Feldarbeit machen. Hätte ich auch ruhig gute Helfer dran lassen können, habe ich so das Gefühl. Nein, der kostet Geld. Ja. Warum engagiere ich mir eigentlich Mitspieler? Das sind Helfer, die nichts kosten. Ja, aber wenn ich gute Helfer geheißen hätte, oder würde, oder was auch immer. Ja. Müsstest du mich bezahlen, weil ich ein guter Helfer bin, ne? Und nicht nur der Helfer an sich. Aha. Ich fahr mal deinen Kramer auf die Seite. Ich hoffe, dass das passt. Ja. Kannst du machen. Wenn ich schon mal sehen kann. Ja, der Kramer hat ja diese Maschine dran. Ja. Und in circa einer halben Stunde bin ich dann offline, dank meiner Toilette. Da ich dann mal früh raus muss. WTF, wo muss ich denn hin? Ich würde sagen, da haben wir auch so circa die Stunde voll. Wenn dein Stick für eine Stunde reicht. Der reicht für eine Stunde, ich weiß es. Ja, eben. Wo muss ich denn hin? Aber eins ist irgendwie bei Helfern irgendwie nervig, beim Hexler, ne? Der braucht immer so ein paar Minuten, bis der dann, ähm, weiß, wo der hinfahren soll. Ja. Der muss halt die Bahn raussuchen, naja, aber... Naja, aber eins ist Richtigkeit geworden, ne? Die machen jetzt die Bahn... Finden die selber. Das ist doch schön. Ja, das ist ein Fortschritt für Astragorn. Da muss man mal entwickeln auf die Schulterkopf, lausnahmsweise. Ja, also Giant Software. Ja, weil in Elfer war es eine Katastrophe. Ja, ich hab den nicht gehabt, ich kann es nicht beurteilen. Ich hab nur Videos gesehen und da war es auch eine Katastrophe. Ja, also Katastrophe beurteilen. Joa. Ja, ich hab's schon lernen. Ja, aber irgendwie, mittlerweile hab ich so das Gefühl, dass ich beim Elfer auch hätte bleiben können. Warum? Weil ich den Elfer irgendwie an sich die Map, ja, okay, die Map war irgendwie anders. Ist halt irgendwie langweiliger als die, aber... Es gibt so viele Mod-Maps. Ja, aber diese so vielen Mod-Maps verschlingen so viel. Platz auf meiner Festplatte, die hat nicht mehr so groß viel Platz. Ja, dann musst du halt nur die Besten nehmen. Joa, ich hab noch zwei Prozent. Aber ich mach jetzt einzigstellen Helfern, darf ich? Wenn du meinst. Da sparen wir dann nicht das. Da sparen wir Getreide. Ich hol mir das Geld durch die Mission wieder rein. Das, was du ausgibst, verdiene ich wieder. Ja, aber die Helfer-Team. Nee, Scherz. Aber die Helfer-Team, noch mehr Geld kann das sein? Als was? Als früher. Ähm, weiß ich nicht. Weiß es ja. Kann ich so nicht sagen. Ja, also... Ey, jetzt... Jetzt bist du am Händler. Ich? Ja, nee, wer sonst? Nein, ich bin nicht beim Händler. Ich bin im Dorf. Ja, aber... Ja, aber... Ja, meinte ich doch. Ich tue mal den Anhänger auslernen und komme dann zu, die beim Büro. Was machst du dort? Keine Ahnung. Das ist gut. Ich auch nicht. Die Jäger. Ja, hoffe ich, dass ich bis dahin wieder weg bin. Ja, aber es hieß ja eigentlich, dass die... Aber von Giant-Simulation war da was. Im Gespräch halt bei Giant Software. Ich glaub ja, und dass wenn man durch die Frucht fährt, dass man dann halt... Ja, ich weiß, was du meinst. Dass dann die Saat kaputt geht. Frucht. Ja, und es sollte ja auch so... Demolition kaputt nicht so mäßig werden halt. Demolition. Heißt nicht so, dass wenn man sich krampft, dass dann halt Beulen drin sind. Ja, nein, das ist eine Bedingung von den Herstellern. Ähm, dass das... Dass es keinen Schaden gibt. Also von den Marken. Weil... Es könnte ja sein, dass das eine Fahrzeug schneller kaputt geht, als das andere. Und dass das dann auf real life übertragen wird. Weil es ja so dumme Menschen in der Welt gibt. Ossa. So wie mich. Und die Marken dann einen Nachteil daraus ziehen. Das kann ich verstehen. Guck mal, ich hole dich ein, ne? Scheißegal. Ja, aber nicht. Ich schieb dich an. Ja, danke. Verdammt, knapp daneben. Nein. Eingeparkt. Verdammt. Wer seht eigentlich? Ja, nein. Ich wollte wissen, welches Fahrzeug. Ist das schon gedüngt hier? Ja, ja. Hier. Wo denn, ne? Ja, wo ist hier? Da wo der Helfer gerade seht. Gib mir mal den Böhren. Nee, noch nicht. Habe ich gerade vor. Meins. Gib mir mal den Böhren. Meins. Nein. Geh doch raus. Da sparen wir G3, da sparen wir die Sorgen. Solange der Helfer fährt, sparen wir sie. Okay, wir machen den Deal. Du kriegst Büro, wenn ich crashen darf. Von mir aus. Okay. Aber du musst mich doch noch abtanken, weil ich voll bin. Was? Ey, gleich mal komm ich abtanken, weil ich hab noch Rest Raps drin. Joa, mit was soll ich dich denn abtanken? Dem Anhänger. Warte mal. Und dem Kramer. Och Gott. Guck mal, ich fahr übers Feld mit 16 km pro Stunde. Naja, ist auch ein altes Gefährt. Wicht. Das ist genau der gleiche wie Ordner Helfer. Also wenn ich mich nicht recht erinnere, kann man den auch noch an den Anhänger anhängen, aber ich weiß nicht ob man den großen Anhänger kann. Versuchen mal an den Drescher einen Grubber anzuhängen. Geht nicht? Geht nicht. Weiß ich. Das wäre richtig cool, wenn es gehen würde. Naja, aber ich find's auch irgendwie schade, dass man die Anhänger nicht mehr, die 2-Achse und 3-Achse nicht mehr hintereinander hängen kann. Die 2-Achse schon, nur die 1-Achse dürfen nicht mehr gehen, glaub ich. Ne, die 1-Achse gehen, aber die 2-Achse gehen nicht und die 3-Achse auch nicht. Ja. Obwohl die die Anhänger Grubber angezeichnet haben. Fail? Ja, ich weiß. Mann, oh. Helfer macht Platz. Geht nicht. Also der Helfer hat schon den 2-Schnellsten Traktor. Der hat den schnellsten Traktor. Nein, der Böhre ist nicht schneller. Nein, der Böhre ist nicht schneller. Ja. Aber größer. Stärker, aber nicht schneller. Stärker, aber nicht schneller. Aber eins ist auch noch lustig, ne? Wenn ich jetzt hier hoch und runter gehe mit der Gabel, dann ist halt die Gabel immer noch irgendwie eben hin und her gleiten. Tja. Hilfe. Was machst du mit unserem Frontlader? Ähm, ich nehme ihn, um dich hochzunehmen. Ne, lass bitte den Quatsch. Okay. Ich habe ihn genommen, um Kramer zu fahren. Wenn ich jetzt die alte Kiste nehmen kann und los... Ach du Heiliger. Mach Zeit auf komplett gar... Mach Zeit auf komplett langsam, weil sonst vertut uns die Saat. ... Danke. Ich komme angetuckert und nehme Anhänger. Ich bin dabei. Nein, mein Anhänger. Gib doch gerade so ein Scheißteil da. Genau dann, wenn ich ankomme. Du willst doch nicht mit dem Kramer unseren Anhänger ziehen. Ich bitte dich doch. Natürlich, häng mal ab. Es geht. Ja, okay. Aber ich brauche einen Tra... Okay, das ist gut. Dann nehme ich nämlich den Böhre für das Mähwerk, weil ich zum Campingplatz muss. Ach so, Main. Jupp. Mission. Halt schon wieder auch gemacht. Von daher, ja. Die Kombination. Ach so, ja. Wobei nicht alles, was er macht... Guck, ich bin mit allen Achtreffen. Wie bei mir. Sieht irgendwie schon geiler aus, ne? Mietraktor, Geriesenanhänger. Ja. Muss mal gucken. Ja, schau gleich. Immer gleich gleich gleich. Ja, jetzt, jetzt, jetzt. Geht halt grad nicht. Ja, ich weiß, 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 weiß. Aber eins ist blöd, ne? Wenn ich jetzt ankomme, kann ich da wieder zurückfahren, um den Anhänger zu lernen, damit ich mir die Saat, die ich abernte, rein tun kann. Der Anhänger. Der Anhänger, fast ne Menge. Ja, aber ich hab noch Rest... Ach so. ...Restsaat drinnen. Ja, Fail. Ja. Ja, ne, ne. Ja, ne, ne. Ja, was kann ich dafür, wenn ihr nicht... Wenn deine... Wenn deine... Anderen Helfer nicht gescheit abhaben... Warte, 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 warte. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber... Wir sehen ja alle Zuschauer im Let's Play ein paar Folgen zuvor. Nein, nein. Also ich war nicht schuldig. Genau, jetzt ein Weg einem hässlichen Prozent zurück zu dem Scheiß... Äh, ein Prozent kann man sogar über... ...draschen, das ist dann einfach weg. Okay. Ach so, schau doch um Raps. Wenn du meinst. Du kannst doch gern zurückbringen. Ja, ich mein. Mach ich ja auch. Mit Hilfe. Jetzt schreiben mich ja alle Leute an. Schon vier Leute. Ja. Ja, du bist auch beschäftigt. Aber wenn ich mich auf Offline Anzeigen stelle... Dann krieg ich einen Piepston, wenn die ähm... ...mich anschreiben und wenn ich auf ganz Offline gehe, können wir nicht telefonieren. Ja, wenn du auch beschäftigt gehst, kriegst du wieder einen Piepston oder sonst verhören was. Ich weiß nicht, dass ich da bin und schrei mich an. Mach ich auch nicht. Na und, du musst ja nicht durchschreiben. Mach ich auch nicht mehr. Ja, ich geh zwar online, aber wenn ich... ...mich mit manchen nicht zocken, dann zock ich einfach nicht mit denen. Ich hab irgendwie Schiss, bitte. Dann, wenn ich genau ankomme, genau dann ist Laud vor Ort. Nein, das passiert nicht. Wenn du meinst. Oh. Jetzt gib mal Gras hier, du Scheißteil. Geil. Ich bin ein Farmer. Alter, ey, ich liebe die Dinge. Denn halt genauso bei so Traktor-Unfall-Videos, ne? Wenn das kommt. Das ist einfach nur geil. Irgendwie. Tja. Find ich. Aber du musst echt sehen, wie ich hier wegen 1% hin und her fahre. Warum muss ich mir das anschauen? Hier mit 17. Weil es einfach nur wirklich aussieht. Bei 0%, wenn du das 1% eingeladen hast. Ja. Ja, den 1% hab ich schon ausgeladen, aus dem Anhänger. Das waren ja 376 Kilogramm. Liter. Warte. Aber. Nein. Ja, Liter und Kilogramm ist gleich, ey. Nur bei Wasser. Doch. Ja, aber nur bei Wasser. Es kommt nur auf die Dichte an. Es kommt immer auf die Dichte an. Ähm. Ich glaub. Ich hab keinen Plan davon. Glaub ich auch. Und du, die große Meister, hast du studiert das Ganze, oder was? Nein. Ja, klingt aber irgendwie so. Ach, der Klasse Chemie. Die Dichte von Stoffen. Ja, hier ist schon bei unterschiedlichen Dichte. Wegen unterschiedlichen, äh. Kerben auch vorgesehen. Oh, so glaub ich das gar nicht. Auf jeden Fall hab ich mal grad wieder ein bisschen Geld verdient. Schön. Und ich verdiene hier grad auch Geld, indem ich dresche. Ja, ist ja gut. Hallo? Du? Nicht du. Schlecht. Das Getreide will nicht. Schlecht. Ja, lass ich halt stehen. Ja, lass ich halt stehen. Was jetzt nicht so bald auftritt. Wir haben noch fast ne halbe Stunde. Ja, ich geh' ich in der Viertelstunde mich weg. Okay. Also hast du noch ne Viertelstunde. Dann haben wir halt noch ne Viertelstunde. Was? Ja. Okay.